Bei den meisten Blockchains werden Validatoren, die das Netzwerk betreiben, mit Transaktionsgebühren belohnt, was den Benutzern Wert entzieht. Oder neu geprägte Token verursachen Inflation. In IOTA 2.0 wird jedem Benutzern und Validatoren Wert zugewiesen. MANA – eine Ressource, die einen gefühllosen Zugang zum Netzwerk ermöglicht. MANA wird passiv durch das Halten von Token erzeugt, ihre Stimmkraft delegieren oder durch aktive Validierung des Netzwerks. Während die Gesamtversorgung der IOTA-Token festbleibt. Dies stellt sicher, dass IOTA seine Qualität als Wertanlage behält und gleichzeitig einen furchtlosen und demokratischen Zugang zum Netzwerk gewährleistet.